Hallo, liebe Deutschlernende! Ihr kennt bestimmt das Wort Katze, die Katze. Und eine kleine Katze nennt man Kätzchen. Das ist ein Kätzchen. Das ist ein süßes Kätzchen. Und immer wenn man chen an ein deutsches Wort ranhängt, dann ist dieses Wort sächlich. Man sagt das Kätzchen. Und das A von Katze wird zum Ä. Die Katze, das Kätzchen. Und das Wort wird, wie gesagt, sächlich, weil man chen rangehängt hat. Und dies ist auch der Grund dafür, warum wir Mädchen sagen. Warum wir das Mädchen sagen. Ein altes Wort für Frau war Markt, die Markt. Und deswegen sagen wir das Mädchen. Eine kleine Frau, eine junge Frau ist das Mädchen. Und Mädchen ist natürlich eine weibliche Person. Aber wir sagen das Mädchen eben, weil wir chen rangehängt haben. Ja? Stimmst du zu, kleines Kätzchen? Ja? Ja? Deutsch ist interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!